Freunde, willkommen zum ersten Video im Jahr 2022 und bevor ich euch erzähle, wo ich denn geblieben bin, warum so wenig Videos auf diesem Kanal veröffentlicht worden sind von mir, möchte ich euch ein frohes, neues, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2022 wünschen und bedanken möchte ich mich an dieser Stelle natürlich auch für das vergangene Jahr 2021, wo ihr mich so stark unterstützt habt auf dem YouTube-Kanal. Alle, die diesen Kanal abonniert haben, aber auch Kommentare hinterlassen haben, auch auf WhatsApp, wo ich Anregungen, Nachrichten und so weiter und vieles mehr bekommen habe von euch. Das Ganze hat mich gefördert und hat mich natürlich auch gewissermaßen unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei euch. Ja, und warum war ich denn jetzt so lange nicht online? Da haben sich viele natürlich schon gefragt und haben mir auch schon eine Nachricht geschrieben. Was ist denn los, Alex? Wo bleibst du? Wir vermissen deine Videos, wir möchten mehr Informationen, wir möchten wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich eine kleine Zusammenfassung für euch geschrieben, so dass ich das Ganze für euch jetzt einmal schlüssig zusammenfasse. Und vor allem auch, was uns dieses Jahr natürlich erwartet, was auf diesem YouTube-Kanal weiterhin veröffentlicht wird, welche Konzepte ich mir überlegt habe, beziehungsweise welche Formate hier auf diesem Kanal auch ausgestrahlt werden. Das Ganze, wie gesagt, in diesem Video. Und falls du neu bist, mein Name ist Alex. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich veröffentliche hier viele Dinge, die dir beim Kaufen und Verkaufen für den Online-Handel, für E-Commerce weiterhelfen können. Und dementsprechend, falls du diese Informationen nicht verpassen möchtest, wie die Selbstständigkeit, wie auch Motivation, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So, und ja, einmal zusammengefasst. Was hat mich denn die letzten Tage, beziehungsweise Wochen sogar beschäftigt? Und ihr werdet es euch schon gedacht haben, wie viele Online-Händler das auch wissen. Das Weihnachtsgeschäft hat natürlich den größten Fokus von mir bekommen. Und dementsprechend habe ich hier auch den Fokus gesetzt und mich darauf ganz stark konzentriert. Denn das ist meine Haupteinnahmequelle, das Verkaufen auf Marktplätzen. Somit mache ich YouTube für euch nebenbei und zeige euch, wie ihr das Gleiche so für euch aufbauen könnt und Schritt für Schritt das Ganze dementsprechend auch übernehmen könnt. Und das Weihnachtsgeschäft war sehr, sehr großartig und bombastisch. Dementsprechend habe ich hier den Fokus drauf gehabt. So, des Weiteren habe ich mich bei mir in meiner eigenen Firmenstruktur um, ja, um Strukturierungen gekümmert, beziehungsweise neue Unternehmen eröffnet, alte geschlossen auch. Und das hat natürlich auch viel Zeit und ein bisschen auch Gedanken in Anspruch genommen, die ich mir gedacht, gemacht habe und dementsprechend auch hier meine Zeit investiert habe. Des Weiteren habe ich mich natürlich auch mit Steuern beschäftigt. Ich habe hier schon einige Videos auf diesem Kanal veröffentlicht, wo ich euch zeige, wie ich das beispielsweise mache oder wie man es machen könnte, um seine Steuern ein bisschen zu optimieren, anzupassen und gewisse Dinge zu berücksichtigen, die man eventuell als normaler nicht weiß und auch ein Steuerberater, so gesagt, einem das nicht vorschlägt. Und damit habe ich mich natürlich auch in letzter Zeit viel beschäftigt, weil es auch zum Ende des Jahres kam und da versucht man so viel wie möglich noch im alten Jahr mitzunehmen. Es gibt aber auch viele Methoden, wie man das Ganze natürlich auch jahresübergreifend jetzt in 2022 noch für 2021 berücksichtigen kann. Und das werde ich auch in vielen weiteren Videos euch zeigen, wie ihr das machen könnt und wie ihr dann mit eurem Steuerberater das umsetzen könnt. So, des Weiteren habe ich vom Finanzamt ein Schreiben bekommen, weil ich aufgrund von alten Unternehmen Schließungen gemacht habe, möchte hier das Finanzamt einmal hineinschauen und gucken, ob denn alles richtig gelaufen ist. Und da hat das Finanzamt eine Betriebsprüfung angeordnet oder wie die das nennen, Außenprüfung. Und davor haben ja sehr viele Unternehmer auch Angst. Wenn eine Betriebsprüfung kommt, wie genau läuft das ab? Muss ich Steuern nachzahlen? Muss ich eventuell sogar Strafen zahlen, weil ich irgendwas verheimlicht habe? Gibt es vielleicht irgendwelche, ja, verdeckte Gewinnausschüttungen oder wie auch immer? Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert. Dementsprechend werde ich meine Erfahrung daraus machen. Das Ganze läuft noch und dementsprechend werde ich euch zeigen, was genau da wie passiert ist. Und das werde ich in einem Video, vielleicht auch in zwei Videos, euch zeigen, wie genau das Ganze abläuft, ob man da ein bisschen Bange vorhaben muss oder auch nicht. Das erfahrt ihr, wie gesagt, in anderen Videos. So, des Weiteren hat mich eine Abmahnung erreicht. Ja, ich warte quasi jedes Jahr zum Ende des Jahres. Das habe ich ja schon in vielen Videos gezeigt und gesagt, dass zum Ende des Jahres sich ja Firmen, andere Unternehmer, ja, spezialisiert haben, dafür andere abzumahnen, falls die Fehler machen und dementsprechend von denen noch ein bisschen was mitzuverdienen. Auch in diesem Jahr hat mich eine Abmahnung erreicht, was genau das gewesen ist, wie viel ich bezahlen muss oder ob ich überhaupt bezahlen muss. Das erfahrt ihr auch in einem separaten Video. Dazu möchte ich ein Video machen, wie ich genau davor gegangen bin. Und dementsprechend, um das nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal dafür. So, dann waren natürlich auch viele private Ereignisse, die man natürlich auch machen muss und dementsprechend auch dafür Zeit sich nehmen muss. Und natürlich gehört das auch dazu alles, ja. Und falls ich dann natürlich auch, ja, Freizeit hatte und wo ich mir gedacht habe, machst du jetzt ein Video, bringst du deiner Community wieder was, habe ich gedacht, bevor ich diese Energie, ja, aufwende, weil ihr müsst so verstehen, ein Video, was ich für euch produziere, kann teilweise, das wissen, weiß der eine oder andere, dass es teilweise bis acht Stunden und mehr in Anspruch nehmen kann. Kommt auf den Umfang des Videos an, auf die Informationen, denn vieles muss man sich natürlich auch erstmal hineinlesen, was genau trifft zu, was nicht zutrifft. Und dementsprechend kann das mit Video filmen und bearbeiten und dann online stellen und, und, und wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb habe ich gesagt, ich werde den Fokus wieder in neun Jahren mehr darauf setzen, was ich auch tun werde, um euch mehr, mehr Content und dementsprechend großen Mehrwert zu bieten. So, und ich habe mich, wie gesagt, erholt. In meiner Freizeit, wo ich dann frei hatte, habe ich versucht, Energie zu tanken, um wirklich dann auch im Weihnachtsgeschäft die volle Energie auch zu haben. So, was erwartet uns denn jetzt im Jahr 2022? Natürlich werden wir wieder so viel wie möglich Videos bieten, wo wir dann uns anschauen, das Ganze, wie können wir unseren Verkauf optimieren, wie können wir mehr Umsatz erzielen, mehr Geschäft machen und mehr verkaufen. Und das werde ich zuerst einmal vielleicht nicht, aber mit der Zeit werden es bis zu drei Videos pro Woche werden. Das heißt, ich werde weiterhin die Videos mit den Deals machen. Falls du noch nicht eingeschrieben bist in der Gruppe, beziehungsweise in dem Newsletter, wo du von mir Deals bekommst, die kaufenswert sind, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen, dann findest du alle Informationen unten in der Beschreibung. Und dazu wird ein Video regelmäßig rauskommen. Des Weiteren wird ein informatives Video rauskommen, was das Unternehmerische angeht, wie man sich im Unternehmen vielleicht optimiert, was man zu beachten hat und und vieles mehr, natürlich auch News und Nachrichten. Und des Weiteren werde ich, weil ich da immer so das Problem habe, auf eure Kommentare zu antworten, weil es teilweise so viele sind, werde ich immer sehr, sehr wichtige Kommentare immer rausschreiben und dann in einem separaten Video quasi beantworten. Deshalb lohnt es sich hier auch, diesen Kanal zu abonnieren und dann wirklich immer informativ auf seine Kommentare, wo ich auf eure Kommentare eingehe und dann dementsprechend Antworten leiste. So, und natürlich gehe ich auf eure Wünsche ein. Ja, falls ihr Videos, und das werde ich umso mehr machen, falls ihr gewisse Themen bearbeitet haben möchtet, ja, wo ihr sagt, Alex, mach da bitte dazu ein Video, weil ich dann nicht genau mich auskenne und im Internet gibt es auch nichts Vernünftiges. Und da kann ich teilweise immer auch aus Erfahrung sprechen, falls mich das schon mal angehen und ich da Erfahrungen sammeln konnte. Auch dazu werde ich mehr Videos machen, also auf eure Wünsche dementsprechend auch hier. Nutzt die Kommentarfunktion und stellt mir Fragen, stellt Anregungen und Themen, wozu ich Videos machen soll. Und des Weiteren folgt auch in diesem Jahr regelmäßig ein Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt da mitmachen, wenn ihr gewisse Dinge beachtet, werdet ihr die Chance haben, gewisse Produkte zu gewinnen, weil ich habe sehr viele Produkte, wo ich sage, die könnte ich auch an die Community weitergeben. Dementsprechend auch hier werde ich auch sehr, sehr regelmäßig für euch Gewinnspiele veranstalten. Dementsprechend macht da einfach mit und ihr habt eine hohe Wahrscheinlichkeit auch zu gewinnen. Und vieles, vieles mehr. Ja, das war das, was jetzt gelaufen ist im Dezember und jetzt eine Woche nach Neujahr. Dementsprechend werde ich auf diesem YouTube-Kanal wieder mehr, mehr veröffentlichen, mehr Videos und freue mich, wenn ihr natürlich aktiv dabei seid, aktiv euch beteiligt und somit werden wir viel, viel Spaß haben gemeinsam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, wenn du bis hierher zugeschaut hast, dann freut es mich sehr und ich freue mich, wenn wir dieses Jahr zusammen in 2022 noch mehr Erfolg haben werden, als wir es bis jetzt schon gehabt haben. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.